In diesem Video geht es um den Gutscheincode aus meinen 2 Kido Praxistests und ich möchte euch ein paar Infos rund um das Sponsoring von Daipa Minister mitteilen. Sowohl für Transparenz und auch Umfragen zur Bestellung zu beantworten, die gestellt wurden. Wenn ihr die beiden letzten Praxistests gesehen habt, wisst ihr bereits, dass Daipa Minister diese zwei Videos gesponsert hat. Das heißt konkret, ich habe jede der beiden Packungen kostenlos zum Testen bekommen. Dazu den Gutscheincode WindelTV10 für euch, mit dem ihr auf eine Bestellung 10% Rabatt bekommt. Dieser Gutschein ist bis März 2023 gültig für das gesamte Sortiment. Er gilt also für sämtliche Windeln und alle anderen Artikel rund um ABDL, die es bei Daipa Minister zu kaufen gibt und die vorrätig sind. Er kann pro Person einmal eingelöst werden in beliebiger Höhe. Generell entfallen ab 120 Euro die Versandkosten, sodass es sich lohnt, mehrere Packungen auf Vorrat zu kaufen. Es gab ein paar Fragen zur Bestellung, ihr legt die Sachen, die ihr kaufen wollt, in den Warenkorb und am Ende gebt ihr den Gutscheincode ein. Der Versand erfolgt automatisch neutral verpackt in einem braunen Karton. Man sieht keine Verbindung zu Windeln, es steht nicht mal Daipa Minister als Absender drauf. Solange ihn keiner aufmacht, könnt ihr also auch Windeln nach Hause bestellen, ohne dass ihr bei euren Eltern oder Mitbewohnern unfreiwillig geoutet werdet. Am besten ist es natürlich, das Paket selbst in Empfang zu nehmen, um auf Nummer sicher zu gehen. Hier seht ihr, wie eine von mir selbst bezahlte Bestellung geliefert wurde, es könnte alles mögliche darin sein, wenn man es nicht weiß. Im Inneren sind dann die Windelpackungen, daher sollte außer euch keiner das Paket aufmachen. Dieses Paket habe ich selbst gekauft, es wurde also nicht von Daipa Minister gesponsert, nur die Videos von Lil Soaker und Teddies Ultra. Wenn das Video gesponsert wurde, werde ich das immer im Video erwähnen. Hier seht ihr also nebenbei eine Vorschau auf die nächsten Praxistests. Ich hatte mich für Daipa Minister entschieden, weil ich bei diesem Shop schon seit Mitte 2022 einige Bestellungen getätigt habe, also einige Monate bevor wir das Sponsoring durchgeführt haben. Die Preise sind meistens gut, bei einigen Windeln ist es sogar der günstigste Shop. Es gab noch nie Probleme bei den Bestellungen. Auch die Lieferzeit ist nicht besonders lang, obwohl Daipa Minister in Frankreich sitzt, nur etwa drei Werktage dauert es. Selbst wenn es mal vier werden sollten, ist das nur wenig mehr, als bei einem deutschen Shop. Da sich Frankreich in der EU befindet, gibt es keinen Zoll oder sonstige Abgaben. Darüber hat sich jemand in den Kommentaren Sorgen gemacht. Eine Bestellung bei Daipa Minister in Frankreich ist kaum anders wie in Deutschland. Nur dauert es eben ein klein wenig länger, weil die Pakete natürlich eine etwas weitere Strecke aus dem Nachbarland bis zu uns haben. Die Versandkosten können vor allem für kleinere Bestellungen etwas höher sein. Deswegen würde ich dort nie nur ein einzelnes Paketwindeln bestellen. Ich empfehle, lieber seltener zu bestellen und dafür größere Mengen. Ich persönlich bestelle immer mindestens so viel, dass keine Versandkosten dazu kommen. Das macht es nochmal günstiger im Vergleich zu anderen. Bei anderen Shops kaufe ich zwar auch noch. Aber meistens nur, wenn es die Windeln nicht bei Daipa Minister gibt. Die Bambino Bellissimo ist ein Beispiel. Noch eine Sache, die zwar nicht gefragt wurde, aber die ich aus Transparenz euch gegenüber sagen möchte. Der Gutschein ist für euch, ich bekomme kein Geld dafür. Natürlich hat Daipa Minister keinen Einfluss auf die Tests genommen. Vereinbart war nur, dass ich ein Video zu jeder Windel mache und dabei den Daipa Minister Shop vorstelle, nicht mehr und nicht weniger. Ich habe diese Windeln genauso kritisch getestet wie alle anderen, die ich ansonsten selbst bezahle. Daher gab es vor allem zur Teddys Ultra auch Kritik von mir, weil mich diese Windel vor allem wegen des einzelnen Klebers nicht überzeugen konnte. Ich hoffe, ihr seid nun gut informiert. Falls ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr es in die Kommentare schreiben. Sonst findet ihr am Rand weitere Windelvideos von meinem Kanal. Bleibt trocken, bis zum nächsten Mal.